Und hiermit willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor mit mir Gaming Taio und danke, dass ihr mal wieder mit eingeschaltet habt. In der letzten Folge hatten wir unser finales Battle gegen Ravis und haben nun erfahren, dass wir zum Observatorium gehen sollen. Lucian, er ist nicht tot. Wie geht's dir, Kleiner? Hast du etwa ins Feuerwanzen-Nest gestochen? Ravis ist tot. Das erklärt es. Okay, lass mich raten. Zurück nach Cobo? Ja, ich denke schon. Hey, Jetpack, kannst du mir hier mal helfen? Ja. Okay. Ich würde mal sagen, wir können schon mal, du sagst es, Kel, hier nach Cobo reisen. Hör es auf, Cobo. Die Getränke gehen auf mich. Ähm, wobei, streichen wir das? Perfekt. Wisst ihr, was wir eigentlich auch machen könnten? Wir könnten uns mal ganz kurz umziehen. Mal so für ein bisschen Abwechslung sorgen. Aber das könnten wir auch eigentlich schon machen, wenn wir wieder, wenn wir gelandet sind. Weil ich sehe jetzt schon Cobo. Alter, ich dachte gerade, dass das Spiel eingefroren ist. Kurzer Herzinfarkt. Wow. Alter. Interagiere mit dem Holo-Tisch. Aha. Du grübelst. Schon wieder. Kannst du meine Gedanken lesen? Es ist kein Jedi-Trick. Ich bin nur aufmerksam. Hm. Auf dem zerstörten Mond sah ich, wie Dagon Santari konfrontierte. Er war so sehr von Tenalore eingenommen, dass er völlig seinen Weg verlor. Er erinnert mich an meinen Kampf gegen das Imperium in den letzten Jahren. Ich möchte einfach nicht wie er enden. Du bist ziemlich stur. Doch es ist nicht Ehrgeiz, der dich antreibt. Hm. Ich verstehe nicht, warum sie seine Veränderung erst erkannte, als es zu spät war. Sie träumten gemeinsam. Sie litten gemeinsam. Man erwacht nicht so einfach aus einem gemeinsamen Traum. Treibt dich das um? Dich selbst zu verlieren? Ja. Ein wenig. Solltest du je vom Weg abkommen. Führen wir dich zurück. Führen wir dich zurück. Kobo. Sind die Battle-Mraders jetzt eigentlich noch ein Problem? Weil eigentlich haben wir ja jetzt diesen Anführer doch so auseinandergenommen. Wisst ihr, was ich meine? Wir könnten ja mal ganz kurz, wie gesagt unseren Kel anpassen. Oha, was ist das? Duell Land. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Ich überlege, ob wir wisst ihr was? Wir könnten eigentlich mal hier eine neue Frisur machen. Vielleicht sogar einen kleinen hier. Ja. Kurzer Akenbad hatten wir gerade schon. Was ist das für eine Kombo? Nein, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Ich glaube, der Bart passt nicht ganz. Ja. Kel ist jetzt ein nachdenklicher Typ geworden. Also ich finde das hier und das hier das erinnert mich so an dieses Jedi-Gewand. Ich weiß nicht, was davon ich nehmen soll. Wartet. Ich finde aber das hier eigentlich voll krass. oder das hier. Puh. Warte, welches Streuner? Okay, davon haben wir nichts, oder? Ja. Ich glaube, da passt das hier schon am besten. Und von der Hose könnten wir dann ja, wir könnten eigentlich dann die Jedi-Hose nehmen. Ähm, hier schauen, ob wir die nice kombinieren können. Äh. Das sieht immer noch am cleansten aus. Ich hätte gerne etwas so Sandiges, aber das hier ist dann schon wieder nicht sandig genug. Warte, das ist... Das ist besser auf jeden Fall. Wir könnten aber auch das hier nehmen, weil das mit dem Unterhemd so krass funktioniert. wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja. Könnte funktionieren. Ähm, der Ausgang? Ah. Ein Pillow und Saloon sind jetzt neue Dings freigeschaltet. Ja. Das klingt doch mal ganz nice. Schauen wir mal, was es jetzt hier gibt. Wo ist denn das Blumensaloon hier? Ich nehme ein Sandwich mit gesalzenem Starga. Ein Starga-Sandwich? Das hatten wir letzten Monat auf der Karte. Habt ihr die verdammte Speisekarte schon wieder geändert? Grease kann auch einfach nichts in Ruhe lassen. Du kennst doch Grease. Der Boss ist ein kulinarischer Erfinder, der sich nicht bremsen lässt. Ah, ja. Ich würde gerne nochmal schauen, was haben wir denn hier für Missionen? Sprich mit Cage über die Jagd auf die Kopfgeldjäger. Das haben wir doch schon gemacht, oder? Das sieht interessant aus. Ja, das sieht alles ganz interessant aus. Cage, hast du was zu sagen? Gerüchten zufolge ist der Gendai tot. Warst du das, Kumpel? Und was wäre denn? Bin neugierig. Wie hast du's gemacht? Ihm die Beine abgeschnitten? Nein, die würden einfach nachwachsen, stimmt's? Oh, du hast ihn verbrannt, oder? Ich will nicht darüber reden. Ein echter Profi verrät wohl nie seine Geheimnisse. Anscheinend färbe ich auf dich ab. Ah, ja. Killer, hier ist noch ein Tipp. Echte Profis machen nie was umsonst. Okay. War das die Mission? Sprich mit Cage. Aber wir haben doch schon mit Cage gesprochen. Was wollen die denn hier von uns? Ähm. Wir müssen mal schauen, wo wir hingehen sollen. Ah. Wir sollen hier hingehen, zum Observatorium. Und auf dem Weg ist ein Gerücht. Rekrutiere den Geheimnis von Fischer. Ja, das können wir doch machen, oder? Das ist doch kein Ding. Bin nur ganz kurz am überlegen, was wir noch machen können. Hier. Wir haben noch so wenig in Kobo fertig gemacht. 12,5% erkundet. Perfekt. Wir könnten mal ganz kurz schauen, was eigentlich hier unten ist. Ja, komm, schauen wir mal, was da unten ist. Und davor könnten wir auch mal ganz schnell nach oben gehen. Ich habe von Grease gehört, dass unser tapferer Kerl einsatz durch diese Raiders gestürmt ist, ohne auch nur ansatzweise ins Schwitzen zu kommen. Hat Grease dir das erzählt? In der Tat. Du hast noch nie jemanden gesehen, der sich so bewegt. Sagt er. Der Latero lügt. Sorgt dafür, dass er Angst vor dir hat. Dann sagt er die Wahrheit. Absorbiere beim Sprinten einen Treffer, ohne unterbrochen zu werden. Okay. Hält euch etwas auf, Kerl. Das ist eigentlich, das sieht nice aus. Und das auch. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür das Nötige ausgeben will. Schön, dass ich das mit einem Freund teilen kann. Ja, das ist sehr schön. Schreibt ihr mal in die Kommentare, sollen wir uns das holen? Ja oder nein? Sind diese Skins wirklich so wichtig? Oder wisst ihr was? Ich hole mir schon mal. Dein Blick kann ja nicht schaden, oder? Es wäre echt Verschwendung. Fluss, was ist das hier? Macht, Regeneration, Maximale Macht. Okay, das könnte ganz interessant sein. Ja, ja, das tut es. Ja, komm, holen wir es mal. Okay, gehen wir mal nach oben schauen, was Pili so gemacht hat und dann machen wir uns auf den Weg um weitere Geheimnisse. Ich sehe, du hast neue Samen gefunden. Pflanze einen ein, dann erzähle ich dir alles darüber. Das hatten wir doch noch gar nicht, oder? Ah ja. In dieser Farb Variante haben wir die noch nicht, oder? Die habe ich noch nie gesehen. Ich sollte Pili davon erzählen. Puh, weiß ich jetzt nicht, Cal, weiß ich jetzt ehrlich nicht. Warte, können wir hier, wenn wir einen Stockberg runtergehen? Ja, dann haben wir das ja schon gelöst, oder? Oder wartet, hier kann man noch weitergehen? Was? Oder wird es einfach falsch angezeigt? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Da ist so ein Teil. Leute, lasst mich auf euch reiten. Nehmt mich mit. wir geht's. So, okay. Wartet hier. Okay, das hier ist eigentlich nicht der Ort das hier wollte ich eigentlich nicht wirklich nachschauen. Boah, jetzt wieder hier halbes Geheimnis gelöst. Hä? Wie sind wir jetzt gerade gestorben? Auf Wiedersehen, Bro. Wiedersehen, Bro. Schadensbericht. Ah, ja. hier gibt's also nicht wirklich mehr zu finden. Okay. Was gibt's jetzt hier überall? Was leuchtet hier so? Können wir diese Fische sammeln? weil wir können auf jeden Fall irgendwie Fische sammeln. Da bin ich mir ziemlich sicher. Alter. Gehen wir ganz kurz nach oben und schauen, wo wir überall noch hingehen können. Weil hier verliert man ziemlich schnell die Übersicht. Wartet, wo sind wir denn jetzt? Aha. Okay. Ich sehe schon, hier können wir so, ja. BD1, was willst du sagen? Was ist das? verlassenes Wassersystem, okay. Ja, sein Plan ist hier nicht ganz aufgegangen, habe ich das Gefühl. Alter, was, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Oha, zwei Kisten. Jetzt bin ich gespannt. Waffenmaterialien, beschichtete Metalle und BD1-Materialien, beschichtete Metalle. Okay. Sehr interessant. Hat sich ja schon gelohnt, hier hinzukommen. Jetzt ja schon. Wir haben noch nicht mal alles gesehen. Habe ich gerade ein Lichtschwert gehört? Ja, perfekt. Ich habe gerade ein Lichtschwert gehört. gesundheitsessenz erhalten. Aha. Perfekt. Junge. Komm, geh hier weg. Komm, geh hier weg. Geh hier weg, bro. Geh hier weg. Niemand will dich. Wenn du mit Doppelaser schwärst, ja. komm schon, bro. Aua. Okay. Wenn er mit dem Doppelaser Schwert kommt, dass das... Perfekt, bro. Okay. Weißt du was, Bro? Hä? Oha! Alter! Er hat das Laserschwert ausgeschaltet, damit ich nicht blocken kann. Er hat die geheime Taktik benutzt, die so ehrenlos ist, dass selbst die Sips sie nicht benutzen. Ihr wisst von was ich rede. Alter. Was hier ist erbärmlich? Was hier ist erbärmlich? Perfekt. Cle-Lens-Cuts. Vor allem... Oh. Ich sagte sogar, ich hab ein Laserschwert gehört. Ich hab ein Lichtschwert gehört. Und dann, boom, kommt der Typ von hinten. Ist das ein Typ von der Hexan- Hexan- Gut? Oder ist einfach nur so ein random Typ, der so random hier chillt? Ohne irgendeine Mission oder so. der sich einfach nur dachte, ey, weißt du was? Vielleicht chill ich hier einfach nur. Vielleicht wird irgendwann irgendein Jedi hierher kommen. Weil es doch bestimmt irgendeinen Jedi gibt, der 100% in diesem Spiel haben will. Und hier gibt's ja ein paar so Metalle. Aber Alter. Wow. Das hat mich schon überrascht. Aber war das jetzt einer von Exxon? Ich hab nicht gesehen, dass wir dieses Ding bekommen haben. Ihr wisst schon, was ich meine. Alter, der Typ hat ja da keine Chance. Alter, das ist ja komplett OP, wenn man hier mit diesen Dings Gekko wie heißt das nochmal spielt, dann ist das ja komplett OP. Alter, das ist komplett OP, weil die können einfach weil die können deine Angriffe hier nicht die können einfach nichts dagegen machen. Komm Bro, willst du auch noch was müssen wir jetzt eigentlich lang und schon wieder viel zu viel gegangen müssen hier runter die sind komplett OP man kann bei diesen Nahkampfang von hier von denen kann man ja nicht Alter was ist das jetzt hier schon wieder Wasser aufbewahren okay komm das schauen wir Alter schon wieder hier halbes Sonnensystem äh gefunden in Star Wars Jedi Survivor Da muss schon äh früher aufstehen Bro Der Chest haben wir schon mal Grad Falk was Jungs was ist das hier jetzt schon wieder guckt es euch an was ist das hier schon wieder hier kann man nicht weiter aber zum Glück gibt es hier Licht das heißt wir können hier schneller vorankommen ja sehr schön das ist ein Leck im Wasserspeicher langsam Leute langsam müsst ihr etwas neues einfallen lassen ihr werdet immer äh hier vorhersehbarer und vorhersehbarer das macht doch irgendwann keinen Spaß mehr okay was was hier passiert rechtschaffen gut was was hat doma gemacht doma hat zwei leute umgebracht das glaube ich jetzt nicht ich hätte gedacht sie könnte nicht mal nicht mal na na kakalake was tun grad falke flake was schauen wir ist das das set das man hier bekommt okay und noch noch ein ding wieder so ein set teil grad falke grad falke boah der griff sieht eigentlich echt nice aus abkürzung freigeschaltet das hat der typ jetzt nicht sehen und noch ein geschenk leute das ist doch was ist das hier eigentlich frisur schrottsammler wow wo sind wir jetzt wir wir jetzt hier im südlichen gebiet ah ja ich würde deshalb auch sagen hm so sollen wir das hier noch erforschen in der nächsten folge weil das sieht ziemlich danach aus wie als gäbe es hier verschlossene sachen ah das ist nur eine einbahntür hm vielleicht erforschen wir das in der nächsten folge falls ihr das sehen wollt oder falls euch diese folge gefallen hat würde ich mich über eine bewertung freuen vielleicht sogar ein like und bis zum nächsten mal tschau